Sehr verehrte Damen und Herren, unsere Alpengletscher schmelzen alarmierend schnell. Und dies ist auch der Grund, warum unser berühmtes Matterhorn langsam in sich zusammenbröckelt. Auf der anderen Seite des Globus gibt es Inseln wie jene von Duvalu, welche verschwinden könnten wegen dem Anstieg des Meeresspiegels. Dies könnte schon sehr bald sein. Klimawissenschaftliche Erkenntnisse zeigen, bloß ambitionierte Ziele werden helfen, den globalen Temperaturanstieg nicht über 2 Grad zu heben. Darum ist es absolut fundamental, dass wir alle zusammen in Kopenhagen revolutionären Reduktionspläne zustimmen, die Industriestaden allen voran. Einem Plan, der über filzige Bundespolitik und bornierte wirtschaftliche Interessen hinausgeht, die vom Bundesrat angekündigte Reduktion um 20% bis 2020 ist augenfällig absolut unzulänglich. Das erklärte Ziel vom maximal 2 Grad Temperaturanstieg wird weit verfehlt mit verheerenden Folgen. Wir brauchen revolutionäre und ambitionierte Ziele. Eine drastische Reduktion um 40% ist deshalb absolut unumgänglich. Alles andere ist der kleinmütige Plan meiner Regierung und ein lausiger Kompromiss. Es ist klar, die Reduktion um mutlose kurzsichtige 20% ist reine Augenwischerei. Wir können nicht Einzelinteressen aus der Ölwirtschaft in Hul... Ja, ich sage, Gott verklebe mich, was ist denn da für ein Text? Das ist ja wohl die Höhe, also der Gott sagt sich nicht. Also ich mache mich doch da nicht zum... 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 also jetzt... es ist ein ehrlicher Inhalt gewesen. Ja, aber nur das, was wir abgemacht hätten. Ich hatte eine andere Folgabe gehabt, dass sie mich gerade reinlocken in das Studio. Und dann so einem... so einem Seich... also... ich mache das nie mehr. Da können sie sich also... äh 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 äh... gefasst machen und ich... 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 ich rege mich jetzt einfach äh... äh... auf! Punkt!